Get ready with me. Ich bin jetzt gerade aufgestanden und habe erstmal mein Gesicht gewaschen. Dann decke ich hier gerade ein paar Pickel ab und die Augenringe ein bisschen. Ein bisschen Puder. Und eigentlich ist die Idee ja auch, was ich hier mache. So, jetzt gleich die Wimperntusche. Meine Haare gingen natürlich gar nicht, also habe ich sie erstmal gekämmt und mir was anderes angezogen. Die Frisur war aber noch nicht silvestertauglich, also hat meine Mama mir noch diese hier gemacht. Ohrringe habe ich auch reingemacht und ein bisschen Glitzer-Lidschatten, weil er Silvester ist. Der Kamin war auch schön an, da haben wir leckerer Klett gegessen. Hier schiebe ich schon gerade mein Pfännchen rein. Den da hat auch ihr Leckerchen bekommen und hier flechte ich gerade noch den Hepezopf. Und dann haben wir was für Zeffel geschaut. Dann haben wir kurz vor 12 Uhr Bleigießen gemacht. Dann war es auch schon 12 Uhr, yay! Und wir haben draußen ein bisschen Feuer weggeguckt und selbst was gezündet. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Tschüss!